Ja. Toll. Oh, da war gerade, guck mal, hast du auch den Abraham, der gerade in die Pfosten gefahren ist? Ja, der ist total kompetent, hab ich gehört, jetzt fährt er gegen den Zug. Oh, der ist so gut. Oh, man. Super. Äh, wo bist du denn jetzt? Komm auf mein Motorcycle! Äh, ich glaube, ich habe mich jetzt so ein bisschen gefangen, ich weiß jetzt wo ich bin und was ich hier mache. Ich muss die Flagge holen. Ah. Ich fahr einfach bei dir mit, okay? Ja, das finde ich gut. Um irgendwelche Probleme zu vermeiden. Ich fahr gerade total episch. Oh, da sind, äh, ja. What? Die haben mich vom Motorrad runtergesnipet? Ja, okay, der saß den auch vorne. Ne, das war ein Sniper. Ja, klar. Äh, wieso? Der hat mich da runtergesnipet. Hat der dich gleich mitges... Hat der einen Doppelkill gemacht? Nein, der hat mich danach mal abgeschlossen. Okay. Weil ich noch weiter gerollt bin. Oh. Dachte ich mir, lol. Äh, lol und tot. Also ich habe jetzt noch keinen abgeschlossen, bin wahrscheinlich um die achtmal gestorben. Das ist eine gute Statistik. Weiter so. Äh, ich habe den Flaggenträger einmal getötet. Das war's. Ist ja immer schonmal was, ne? Jetzt kommt ein Heli, der hat uns vergleichst wieder weg, feuert da oben. For the glory. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Nee, ich bin auch gerade so ein bisschen überfordert. Was ich... Man soll natürlich die Flagge holen. Unten auf der Karte, die hilft dann überhaupt nicht. For the glory. Oh, dass man hier nicht schreien kann, ne? Voll die Enttäuschung. Das ist das Beste. Rein. Ja, bei Chivory kannst du quasi... Da drückst du C und dann schreit der immer. Einfach nur irgendwas. For the glory. Das Beste ist, als ich dir gestern Doublekill verpasst habe und dich umgebracht habe. War das nicht sogar ein Dreifacher? Wo du dann noch... Ah, ja, ja. Das war ein Dreifacher. Der Pascal einmal so um sich rum geschwungen und hat aber halt drei Leute umgebracht und mich auch noch geköpft. Das war voll behindert, ey. Ich hab dich geköpft. Und dann haben wir ein Duell gemacht und er hat mich nur abgezogen die ganze Zeit. Ich hab einmal gewonnen. Das war schon ein bisschen traurig. Aber ich hab meinen Mann gestanden. War das bei US oder Russland? Äh, ich glaub wir sind US. Ne, Russland. Wir sind die Russen. Scheiße, das Spiel gegen euch. Machst du nix. Und weißt du was meine Lehrerin letztens gesagt hatte, René? Ne. Sie sagt immer sowas wie, das muss man sich merken, da ist ein flotter Dreier. Dann sagt sie immer sowas und hat sie gesagt, ja ich sag sowas, weil wir ja in der reinen Jungs-Klasse sind und so kann man sich das dann bestimmt gut merken. So hat sie sich rausgeredet. Ich verstehe. Du glaubst nicht wie oft die was perverses sagt. Die ist... Ich glaub die macht das gar nicht bewusst, aber die ist halt schlimm. Ne, ne Carol. Immer wenn sie dich sieht, dann rutscht dir sowas raus, ne? Ja, dann zieh dich mal raus, sagt sie dann. So was sagt sie? Das ist nicht zweideutig, Kevin. Das ist aber warm hier drin. Ja, dann zieh dich raus oder sowas. Das kommt dann so richtig stumpf. Sie meint das ja nicht so, aber das kommt so richtig komisch rüber. Oh Gott. Ja, ich hab die Flagge. Mir passt keinem im Hintergrund die ganze Zeit irgendwas schreit, wie ein Gespräch führt. Finde ich total absurd. Immer die ganze Zeit so, ja, ja, juhu. Scheiße. Scheiße. Ich bin gleich bei der Flagge. Oh, da steht neben der Flagge Moppet. 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 Oh, da sind jetzt viele Moppet. Ich weiß nicht, ob ich Pascal nicht vielleicht ein bisschen lauter machen muss. Hallo. Muppets sind da. Oh Gott, die schießen mich weg. Oh, der spricht immer so leise, der Junge. Ich spreche nicht leise. Ja, jetzt sprichst du wieder laut, aber manchmal, weißt du nicht. Ja, warte, da muss ich mal ne Stunde ein bisschen unterstellen. Warte, so, dann sitzt die mich so direkt vor dem Mikro. Ja, du musst halt immer den... Wow. Weil manchmal... Manchmal ufer ich auch mal aus und deswegen... Ja, dann wird das immer so leise. Das ist ein bisschen dann gay. Muss ich richtig reinhängen. Gaaay. So, jetzt geht's los hier. Der richtigen Action. Zu viel bei Saratsa, oder was? Jetzt geht's los. Nee, der hätte höchste Anmoderation gemacht. Der gibt's doch gar nicht mehr. Achja, Saratsa ist ja platt gemacht worden. Weiß Kevin das schon? Ja. Nein. Wieso? Der zwei Strikes gekriegt, der ist unbrauchbar. Wie? Bei YouTube? Ja. Wieso das denn? Weil er zweimal... Den Runden besonderlich unbeweist. Irgendwie Sexmaterial hochgeladen hat. Ist der jetzt ganz weg? Nee, aber... Nee, aber... Er kann halt nichts mehr hochladen, was lang ist. Ich hab eure Flagge. Ich hab eure Flagge. Ich bin tot. Ich hab eure Flagge, ihr kleinen Hurensöhne. Kann man sowas eigentlich wieder irgendwie wegkriegen oder so? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Das war richtig erwerblich. Ich laufe mit der Flagge weg und der überfährt mich einfach mit so einem Hamm-Wieb. Man kann die Kallischräge gefühlen, weil immer einer dann inzwischen schreit. Ich glaub, nach einem halben Jahr... Ähm... Verfliegen die Strikes. Jaja, das ist schon so. Dann bauen die sich ab. Das ist wie beim Autofahren mit den Punkten. Aber immerhin, ne? Das wär blöd. Blöd! Ich bin grad... Ich bin grad froh, dass ich bis 20 GB hochladen kann. Das möchte ich mir nicht nie wieder nehmen lassen. Nee, aber du kriegst ja auch nur Strikes für richtig heftige Sachen. Wir hatten ja auch mal einen gekriegt, als wir für ein einzelnes RAW-Video. Und wenn du das Video dann wieder löscht, dann ist der wieder weg. Nee, da hatten wir doch nicht nur so ein Content-Ding. Doch, da... Ja, aber da konnten... Das war aber auch ein richtiger Strike. Echt? Für du? Ja. Für was denn bei Saints Row? Für irgendeine Musik-Scheiße. Echt? Mh, das war Part 8 war das da. Weiß ich noch. Da hatten wir nämlich... Da konnten wir keine Videos über 15 Minuten mehr hochladen. Hammer und nice. Und wo schießt dieser Wichser auf mich? Das ist eigentlich das Problem, was ich hatte, ist... Ich konnte das... Das Profilbild bei YouTube nicht ändern. Weil die wollten das nicht. Und dann war ich mit Google Plus verbunden war. Und dann hab ich das bei Google Plus geändert. Aber dann war es nicht bei YouTube geändert. Vielleicht wolltest du es bei YouTube ändern, aber dachtest du es bei YouTube. Dann hab ich... Die Konten wieder getrennt. Dann konnte ich das Bild ändern. Aber wo ich die dann wieder verbunden habe... Kevin hat ja auch so ein YouPorn-Konto mit seinem Facebook-Account kombiniert. Ja, ja, klar. Damit doch... Ja, 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 genau. Oh, Mann. Da kommt doch so eine Liste auf seiner... Was er denn immer so guckt. Eine Schindlers-Liste kommt er. Meine Favoriten of all time. All time Favorites. So ist es. Ich hab eure Flagge. Ich hab eure Flagge. Du hast kein Niveau. Die haben aber unsere Flagge. Fuck. Hä? Ähm. Ich hab eure Flagge. Ich spiel doch gegen euch. Ach du Schweizer... Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, aber es ist klar, wie fühlt man sich, wenn man besnipet und mit Hubschrauben beschossen wird. Und von dem Panzer und wie jetzt alle auf dich losgehen. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Oh, was kann das tun? Kevin, du sollst die Flagge holen oder beschnitzen. Je nachdem. Ach, der dreckige Panzer, ey. Was ein Hundesohn. Ich fahr ein bisschen Moppet. Oh Gott, da kommt ein Sniper. Moppet fahr'n. Moppet fahr'n. Moppet fahr'n. Ich hab' die Aussprache doch recht stolz. Oh Gott, jetzt machst du'n Quatsch. Oh Gott, jetzt machst du'n Quatsch. Hä? Wo bist'n du? Ich bin rausgeschoben. Dummer Hund, geh' ich zu Fuß. Weil die Frau von dem spricht ja auch so richtig Ossi, ne? Wie macht die denn bitte schon Dirty Talk? Gar nicht. Die macht nur Dirty Nöscheln. Wir stehen dir das doch mal vor, Alter. Boah, Kevin, du bist voll der Badass, Alter. Bin über die Abram rumgeschrungen. Oh Gott, oh Gott. Abram. Wie er dir hinterherprescht, Alter, der will dich. Du bist über Abram Lincoln rübergeschrungen. Und der war auch Vampirjäger. Sowieso. Ah, scheiße, die hab' ich gar nicht gesehen, ich dummer Hund. Was? Ey, ich weiß hier aber auch schon wieder nichts, ne? Ich glaub' ich becampe jetzt einfach unsere Flagge. Und immer wenn Pascal kommt, schieß' ich ihn ins Gesicht. Ich hab' eure Flagge. Verdammt! Ich hab' eure Flagge. Ich hab' im Auto, ich fahr' ihn um. Ich spawne gleich. Oh, scheiße. Na, Pascal? 126 Meter noch, dann bist du tot. Oh, jetzt sind wir noch 120, Pascal. Oh, die Strecke wird immer kleiner. Immer und immer kleiner. Oh Gott! Hast du ihn überfahren? Nein, ich versuch's gerade. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Back here! Ah, in your face! Wo ist der hin? Ich bin weggesnackt. Ich hab' ihn weggesnackt. Ich glaub' ich hab sogar einen Kopfschuss verpasst. Oh ja, Flagge. 2% hatte ich noch Leben. Flagge. Ja. Wir bezirfen sehen. Wie dein Auto einfach explodiert. Super, ne? Warum tut es das? So, wird jetzt. Wann kommt Qualle? Wann kann ich ihn umhauen? Ja, ich möcht' das gleich gerne nochmal ins Gesicht schießen. Ich möcht' dich lieber nochmal köpfen. Das geht hier ja gar nicht. Weißt du, wer das doch schafft? Ne. Doch, doch. Ne. Das geht hier nicht. Doch, doch, doch. Ich werd schon mal besnipet. Holy shit. Oh, schade. Fast getroffen. Mäh. Ja, ja, ja. Der wird doch was hier. Warum ist denn hier kein scheiß Motorrad? Ich hol mir das Mörse-Auto, Pascal. Und zum Mörsen. Mörse bitte verkackern. Das ist doch nicht zu was, wenn wir dir abgehen. Hm? Alter. Wird dich umgefahren. Beinah hast du mich umgebreitert. Umgebreitert. Wie dieses Auto wirklich abdreht. Ähm. Okay. Alter. 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 Ich bin gerade über dem Panzer von euch mit dem Motorrad rüber gesprungen. Oh, schade. Ich dachte, du kommst hier an, ey. Dann kann ich dich wegsnacken. Ey. Wie ist das sowieso? Oh, shit. Sniping, sniping, sniping. Mann, da sitzt immer irgendwo ein Sniper auf diesem Berg, ey. Der hat einen Atom-Launcher. Der gute Atom-Launcher. Oh. Da hab ich ihn gesehen. Aber jetzt ist er markiert, der kleine Wichser. Der größte Runde auf dem Ball toll. Pfff. 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 Haben wir gewonnen? Klar, haben wir gewonnen. Natürlich nicht. Gewonnen! Du hast gerade nicht gewonnen. Kein Bullshit. Das glaubt ihr keiner. Ich bin das Video. Ah. Quille, Qualle. Hier, Alter. Sechsmal gestorben, ey. Schlecht der ist, ey. Brenny ist das Video. Ich bin das Video. Überspringen. Das ist ja fast... Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Die erste gekriegt, die ist mega gut, ey. Ja, die wollte ich extra falsch spielen. Deswegen hab ich die ganze Zeit da mitgespielt. Das ist aber geiles Ding. Der eine hat überhaupt keinen Ping. Wie macht denn der das? Der spielt gar nicht. Der ist so schnell, der hat keinen Ping. Aber geil. Oh yeah. Mit Google Fiber hat man einen Ping von zwei. Ach so ein Scheiß? Ja. Na Google Fiber. Ach das. Ach das. Yeah, yeah. Und die Google Glasses werden jetzt verkauft. Also die kannst du jetzt kaufen. Ah. Schon gehört. Schon gehört. Und Kevin, hast du schon deine Ray-Ban Google Glasses vorbestellt? Mhm. Ja. Ich natürlich auch. Mhm. Mhm. Because I'm a Millionaire! Kannst du 700,000 Euro? Ich weiß gar nicht, das Ding wird bestimmt exorbitant teuer. Reni, du musst schnell zu Russia wechseln. Hä? Russia. Weil wie? Wo ist denn Kevin? In Pascals Team. Warum? Was ist denn voll die Schweine, ey? Weil die Skan. Voll die Satanisten. Sag weiter. Weil wir uns gegenseitig... Ahlalala! Achso ich kann das Team nur wechseln wenn ich tot bin. Oh mein Gott wie bringe ich mich jetzt um? Selbsteliminierung. Kannst du doch im Menü machen. Ich werfe einfach eine Granate und sterbe wie ein Mann. Du sterbst einfach eine Granate. Hey, ist doch ein Moppet. Ich hab' ich gerade selbst noch im Gang mit einer Granate, du Pussy. Oh, du hast richtig losgemobbt. Mob, 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 mob. Jetzt ich werde da wieder mal im Super-Vocast, dass ich nichts sehe. Die ganze Zeit durchgehen. Versuchst die Kevin plötzlich im anderen Team? Das ist doch voll Hammer-Gay. Ja, keine Ahnung. Alter, warum kann der da nicht hochschüttern? Was soll denn die Scheiße? Mann, das liegt an dir. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oh, ihr seid in Alpha. Ihr seid wohl die Alpha-Penisse, was? Juhu, hier bin ich. Keiner holt mich ab. Keiner hat mich lieb. Weißt du, woran das liegt? Ja. Ich aber nicht. Das ist ein bisschen behindert. Die feindlichen bin ich sehr behindert. Habt ihr die feindliche Flagge? Wir haben ja schon die... Oh! Ich glaube hier. Irgendwas zu dieser Punkt bedeutet, das wüsste ich ja mal gern. Ihr seid die Flagge, seid ihr die Flagge? Nein. Ich? Wir haben uns gerade im feindlichen Team eingenistet. Hast du eine Spawn-Bugge dabei, Kevin? Ich habe eine Spawn-Bugge dabei, Schwuchtel. Oh, der hier, du Arsch. Oh nein, da ist die feindliche Flagge. Sie ist gefallen. Ich hole sie. Oh Gott, nein. Oh nein. Hier liegt ihn. Nein. Kevin macht dich bereit. Wenn die feindliche Flagge wieder ist, klauen wir den sofort. Ja, aber ich muss den wegsnacken, der sich die Flagge holen will. Hast du gerade eine Granate geworfen? Jo. Wo spunt die Flagge? Nein. Hier vorne. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Geht das. Nein. Nein. Wie sie alle saßen. Oh nein. Ey, ich spawn jetzt bei euch, ne? Du musst gut fahren. Achso, ihr fahrt weg. Also ich, wir fahren gerade weg. Wieso kann ich nicht bei euch spawnen? In welchen Squad seid ihr denn? Ich bin in eurem... Oh Gott, was tust du da? Gott. Ach, ich bin gar nicht in eurem Squad. Das erklärt nichts. Nein, nein, René, bist du wirklich nicht. Nee, doch. Jetzt bin ich's. Jetzt seid ihr beide tot, toll. Ich hab 88 Power, wenn wir uns schnell erwarten. Ich hab'n Panzer. 79. Oh, da sitzt jetzt irgendein anderer. Oh, da sitzt jetzt irgendein Gaylord-Motherfucker drin. Oh nein, oh, vor dem Ziel gestorben. Wo seid ihr denn? Oh, gerade gestorben. Direkt vor unserer Flagge. Aber die Flagge, unsere wurde auch geklaut. No. Wo ist Bomber, René? Oh, ich sammle die feindliche Flagge erst mal ein. Ich fahr dieses kaputte Auto. Ach du Scheiße, kommt Panzer. Ich hab'n RPG dabei. Der sitzt hier, der sitzt hier, ist auch der feindlichen Flagge und nimmt die zurück ein. Scheiße, ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren, ich muss es riskieren. Nun. Nein. Ich bin zu dumm gewesen. Ich hätte jetzt mehr Dramatik erwartet. Mehr Dramatik war nicht drin. Ich hab'n alle wiederbelebt. Juhuuu. Was, die Gegner haben ja einen Punkt gemacht. Jetzt schießt er erst ins Gesicht. Tummer Hund. Alter, haltet den Hurensohn auf. Er hat mich gerade Huren-Göhn-mäßig gewöhnt. What the fuck? Der kommt ja einfach vorbeigejumpt, ey. Das glaubt der, wer er ist. Los, girl. Let's get the Flagge. Let's get the girls. Das haben wir doch längst. Du bist doch schon hier. Oh no, Qualle, nein. Du bist unter die Welt gefahren, hast du's gesehen? Nein, du bist bei mir ganz normal gefahren. Oh, scheiße, der Paz hat mich überfahren. Man. Man. Oh, scheiße. 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 Oh, scheiße.